Ich hoffe, das Winterseminar wird ein guter Wendepunkt dafür, dass wir noch vorankommen in unserem Leben. Ich finde, man sollte sich immer wieder bewusst werden, was die Errettung für einen bedeutet und welche Gnade man dadurch bekommen hat. Und ich denke, man sollte sich immer wieder täglich bewusst machen, dass man diese Gnade bekommen hat und dass es wichtig für einen ist, dass man auch regelmäßig im Wort liest, um diese Gnade auch zu verstehen. Die Jünger von Jesus haben Tag für Tag, jeden Tag das Evangelium. Jeden Tag. Und wie sie in den Häusern sind, in den Tempeln sind, egal wo sie waren. Sie hörten nicht auf. Es war besonders mein Herz, dass heute in unserer Leben, wie der Pastor gesagt hat, wir nicht für andere Menschen weinen. Und ich denke, das hat mich daran erinnert, was ich über den Gospel vergessen habe, oder warum ich nicht zu anderen spreche. Es gibt zwei Dinge. Es gibt zwei Dinge. Und zwar einmal das Wort. Und einmal die Liebe. Und wir müssen aber das Wort Gottes immer nehmen. Wir müssen immer mit Gottes Wort, jeden Tag. Wenn ich die Zeit wirklich nutze, dann muss ich Gott fragen, wie soll ich die Zeit nutze? Gott, wie soll ich denn mein Leben leben? 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 Gott, wie soll ich die Zeit nutze? Ich muss diese Frage zu Gott stellen und eine Antwort von Gott bekommen und so leben. Ich habe die Zeit geplant. dass ich mein Zeitpunkt dafür gab, dass ich lebte Gott, dass ich vor dem Glauben bin. Ich habe gefragt, dass ich mich darauf an, dass ich es wichtig sein kann. Ich habe mich darauf, dass ich etwas zu tun habe, dass ich mich darauf achte, dass ich mich darauf achte, dass ich darauf achte, und ich darauf achte, dass ich mich darauf achte. Wir haben die König, die Gott, wie gesagt. Ich habe einen Moment, dass ich dir meine Wunsch an. Der gute Haushalter Gottes nutzt auch sein Hapungut für den Willen Gottes. Er ist wichtig, dass es wichtig ist. Menschen, die guten Gehreinung zu treffen muss. Wir sind alle Menschen, die uns mit uns begegnen, müssen wir gute Beziehungen fliegen. Wenn man eine gute Gehreinung mit uns bereitet, wird es ein Gehreinung durch den Willen Gottes. Wenn ich das tun kann, ich mich Gottes Werk zu sagen. Wenn ich das Evangelium kenne, wenn ich an dem Evangelium glaube und wenn ich das Evangelium verkünde, ist das das beste Leben. Dass ich Jesus kenne, dass ich an Jesus glaube, dass ich Jesus verkündige, dass es das beste Leben ist. Und ich hoffe, dass wir so ein Jahr verbringen können. Und ich hoffe, dass ich Jesus glaube, dass ich Jesus glaube, dass es das Leben ist.